Im Endeffekt habe ich 223 Jahre bekommen in Nürnberg. Jeden Tag, ob mit den Gangs, ob mit den Wärtern, ob mit dem Besuch, ob mit dem Schmuggeln, ob jemand entkommen will und erschossen wird. Es spielt keine Rolle, ob jemand eine Katze quält und sie zu Tode wirkt. Es gab alles und jeden Tag gab es dieses Kino. Hör auf, ich würde am liebsten, das ist ja... Steht einer mit so einem Heftchen, er ist nur dafür da, um zu blättern. Und fünf andere stehen vor ihm, um onanieren. Ich kann mir das nicht vorstellen, wirklich. Weißt du, an meinem ersten Tag... Auf jeden Fall wirst du nicht Sex haben in dem bayerischen Gefängnis. Haben die meinen Freund aus der Zelle raus, über den Boden in die Dusche geschleift und dort ist er verblutet hat. Wäre ich an dem Tag hochgegangen, hätte ich ihn gefunden, wer weiß, weil er hätte verhackert. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Treffen. Mein Name ist Leroy und meine heutigen zwei Gäste verbrachten eine große Zeit ihres Lebens eingesperrt in Gefängnissen in zwei völlig unterschiedlichen Ländern. Ich werde heute auf Maximilian treffen. Er floh als junger Erwachsener vor der Polizei quer durch Europa und wurde irgendwann geschnappt. Unter anderem wurde er für Drogen- und Waffenhandel, Raub und gefährliche Körperverletzungen zu einer Haftstrafe von 13 Jahren verurteilt, wovon er mehr als neun Jahre in einem deutschen Gefängnis absaß. Und ich werde auf Maxim treffen. Er wurde während eines geplatzten Drogendeals von der Polizei festgenommen und zu 13 Jahren Haft verurteilt, wovon er etwas mehr als acht Jahre im thailändischen Gefängnis absaß. Im härtesten Knast des Landes aß und schlief er zwischen Mördern und Vergewaltigern. Ich bin auf jeden Fall schon total gespannt und wenn ihr da draußen diesen YouTube-Kanal noch nicht aktiviert haben solltet, dann holt das jetzt nach, aktiviert den Kanal, abonniert die Glocke, das Ganze ist kostenlos. Und wenn ihr selber mal mit dabei sein wollt, dann schreibt mir einfach und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Hallihallo, ich grüße euch. Alles klar, Mörders? Ja, sehr gut, danke. Ja, super. Männer, ihr habt beide viel Zeit im Gefängnis gesessen. Darum wird es heute gehen. So viel darf ich auch schon vorwegnehmen. Aber meine Frage als erstes mal an dich, Maxim. Was glaubst du denn, was hat der Mann getan, damit er ins Gefängnis gekommen ist? Was hat er getan? Ich würde ihn vielleicht, ja, als sehr impulsiv einstufen, dass er vielleicht irgendwo mal kurz so einen Ausraster gehabt hat oder so einen Durchbrenner. Es gibt es ja manchmal, man macht etwas, was man danach bereut. Und vielleicht gewalttätig, ich weiß es nicht, ob er jetzt unbedingt in der Drogenszene war, das glaube ich eher nicht. Aber auch da kann man falsch liegen, ich kann es ja nicht sagen. Okay, also du tendierst so zu einem spontanen Ausraster. Jetzt mal umgekehrt. Hier sitzt jemand, da kann ich dir sagen, der hat auch einige Zeit im Gefängnis gesessen. Was hat er angestellt? Du, wenn man es nicht weiß, muss man eigentlich auf zwei Dinge gehen. Entweder Drogen oder Betrug, weil der Anteil an Häftlingen zu drogen ist halt der höchste. Deswegen habe ich die größte Chance zu treffen. Aber der Mann sieht auch aus, als könnte er mit Geld umgehen. Also könnte es auch was mit Finanzen zu tun gehabt haben. Aber ich bleibe jetzt mal, also ich tippe auf Drogen, weil die Chance die größte ist, dass ich treffe. Okay, du darfst als erstes auflösen, Maxim. Was genau hat dich ins Gefängnis gebracht? Ja, also er hat gut getippt, das war ein Drogenfall. Genau, ein Setup, wie würde man es auf Deutsch nennen, eine Operation gegen einen Freund geleitet. Und ich bin damit hineingeschlittert, genau. Das Ganze in? In Thailand, genau. Das ist schlecht. Schön, dass du hier bist. Die Chancen sind dir gar nicht mal so gut. Das stimmt tatsächlich, ja, bei der Zahl von Jahren, wo ich drin war, sind die Chancen, würde ich mal sagen, sehr gering, sehr, sehr geringe. In Thailand ist ja auch recht schnell lebenslänglich bei Drogen, oder? Ganz genau, ja. Du hattest 13 Jahre als Strafe. Zu 13 Jahren verurteilt und etwas mehr wie acht abgesessen, vom König begnadigt. Nein, Faust rausgekommen. Ich habe auch 13 Jahre. Futsst du auch vom König begnadigt? Nein, und das ist ja gleich, da steige ich gleich ein in mein Gedankenkarussell, weil, okay, wir alle, und darüber werden wir jetzt reden, wissen, dass thailändischer Knast viel furchtbarer ist als deutscher Knast oder europäischer Knast, dass man die Zustände nicht vergleichen kann, kaum vergleichen kann. Eine der Dinge, die ich, wenn ich in Thailand wäre, hätte, wäre die Hoffnung auf eine Begnadigung durch den König Bui. Die hast du in Deutschland nicht, halt hier wirklich keiner begnadigen. Egal wie deine Strafe ist, es wird keine Amnestie geben. Also wir sind jetzt schon hier sehr schnell ins Thema eingestiegen. Von dir habe ich jetzt schon erfahren, Drogen war ein Thema und du bist da ungünstigst irgendwie reingeschlittert. Du hast aber noch nicht aufgelöst. Ich habe jetzt hier bisher nur gehört, du bist der, der impulsiv jemanden niedergeschlagen hat und deshalb ins Gefängnis muss. Nee, ich bin gar nicht so ein impulsiver Typ. Bei mir war es, ich bin auch nicht reingeschlittert, es war absichtlicher Drogenhandel, Waffenhandel, OK-Anbindung, also räuberische Erpressungen im Drogenmilieu, solche Geschichten. Im Endeffekt habe ich 223 Jahre bekommen in Nürnberg, so Einzelstrafen für einzelne Fälle. Hier mal ein Kilo Koks, hier mal ein Kilo Meth, hier mal eine Gewalttat, also das war ein Sammelsurium von verschiedenen Taten. Und dann gibt es eben einen Strafzusammenzug von all dem und dann kamen die auf 13 Jahre einen Monat. Darf ich fragen, wo du warst, in welchem? Ich war in zwei, ich war erst im Phuket-Gefängnis, wo ich gefahrt wurde. Oh, der Worst war. Nee, der Worst war dann der zweite, das war in Bangkok, Bombard Pisset Klang, das war ein Drogen- und Junkie-Gefängnis für Junkies und Drogendealer. Nur für Drogenfälle, wo die Menschenrechte, das Recht zu waschen, zu schlafen, zu essen, medizinische Versorgung nicht gegeben sind, wie man sie normalerweise kennen würde. Auch aus anderen Gefängnissen, das war dort gar nicht so. Das Gefängnis, von dem du geredet hast, in Bangkok zum Beispiel, der ist gebaut worden, das habe ich vor kurzem gelesen, der ist gebaut worden für 1, 5 Gefangene und da sitzen mittlerweile 6, 8. Eine 2 zu 1 ist schon schrecklich. 6.000 statt 1.000 für Wurde, das ist unvorstellbar. Genau, also unsere Zelle in Bangkok ist für 30 Leute gebaut und 72 waren in der höchsten Fall. Hör auf, ich würde am liebsten, das ist ja, das heißt, Klos für 30, das heißt Schlafplätze für 30 und die sind schon knapp bemessen. Die sind wahrscheinlich auch eigentlich für 10, wenn man es menschlich sehen will. Dass ein Gefängnis die dreifache Überlastung hat von Menschen, das ist dort völlig normal. Deshalb ist es sehr schwierig, dass jeder genug sauberes Wasser zum Waschen hat, jeder genug Platz zum Schlafen hat. Wir hatten Gefängnisse, da hat man in Schicht geschlafen, weil es einfach nicht Platz war. Ich habe in meinem letzten Gefängnis, in diesem Abschiebehaftgefängnis, habe ich die ersten zwei Tage mich gelehnt, an eine Wand gelehnt, weil es in einem Raum von 60 Quadratmeter 120 Leute waren. Und man hat sich dran gelehnt oder ein alter Singapurier Mann hat mir dann, hat seine Beine zusammengezogen und ich habe mich dann so an die Wand gelehnt, zwei Tage lang. Man kann diese Rechte halt nicht beachten, weil es zu viele Menschen gibt und in Europa ist es halt schon anders. Es gibt halt nicht so viele Gefangenen, da wird nicht gleich jeder ins Gefängnis gesteckt. Ein Unterschied, den ich jetzt von außen natürlich noch sehe, ist auch dieses Klima, diese 40 Grad, diese 50 Grad, diese, sagt man tropisch oder wie, also aber diese Wetterbedingungen zusammen mit den Krankheiten, die dadurch entstehen, die schlechte medizinische Versorgung, das macht ein komplett anderes Bild. Es ist einfach was anderes. Also auch dieses, was wir hier machen zum Beispiel, wenn wir jetzt jemanden isolieren oder so, das funktioniert ja anders. Du bist ja in der, die Zelle ist vielleicht nicht, nicht sauber oder so, aber du hast, du kämpfst nicht gegen Ungeziefer. So weißt du, du, wenn hier einer, wenn einer Kretze hat, dann, der kommt auf die Seite, der muss, du kannst es, du lässt es nicht einfach alle Kretze bekommen halt. Ja, du, Teilknast ist halt. Trotz dieser, dieser für manche Menschen Hölle gesehenen Ortes, wo ich war, habe ich das Paradies in mir gefunden. Also ich hatte jahrelang zum Beispiel Katzen, in unserem Gefängnis gab es Katzen. Ich hatte mal sechs Katzen, die ich ernährt habe. Ich habe selber mein Essen manchmal für meine Katzen geopfert, weil es für die nichts gab. Und es gab Vögel, wir hatten Vögel in unserer Zelle. Das war normal, ein, zwei Vögel reinkommen. Hier auch? Pass auf, weißt du, was das ist? Ich bin gerade an so einem seltsamen Punkt, ey, Mann. Weil ich mich frage, ich habe das schon öfter gesagt, natürlich ist es, ich frage mich, wo ich besser zurechtgekommen wäre. Weil Menschen wie ich so, in diesem System hier in Deutschland, weder kannst du dich freikaufen. So, ich hätte die Kohle gehabt, als ich verhaftet worden bin, ich hätte das Geld gehabt. Also wenn es für 70.000 Euro rausgegangen wäre, hätte ich sie gehabt. Die eigentlich mit Gewalt umgehen können. All diese Dinge, das nützt dir hier in Deutschland nichts, weil die sperren nicht in leeren Raum so auf die Art. Und alles ist so, du kriegst keinen Vogel, du kriegst keine Katze zu sehen, du kriegst nichts, 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 nichts halt. Und das war so, du kriegst auch kein Telefon, in Straubing gab es einfach nichts. Und wer dort hervorragend nämlich zurechtgekommen sind, ist so eine gewisse Art von Tätern, die in Thailand, glaube ich, keine fünf Meter weit gekommen wären. Nämlich Sexualstraftäter, die halt dann dort, weil sie halt keine Regeln brechen, weil es ihre Opfer dort nicht gibt, die kommen dann super zurecht in den Knast. Und Leute wie mich, ich bin da dort ein böser Gefangener und habe ständig Probleme mit diesem System. Und dann allein der Gedanke, deswegen, ich werde mir das nie anpassen, dass ich sage, das wäre besser für mich gewesen. Nein, aber so eine Katze haben zu können, so neben der Ding, was das mit mir gemacht hätte. Die Sache ist, du hast zwar die Katze, aber was du wegen dieser Katze alles durchmachst und was die Menschen, es gibt ja immer auch sehr psychopathische Charaktere im Gefängnis, was du wegen so einer Katze alles durchmachst. Und ob das du auch mal dein Leben riskierst wegen so einer Katze. Ich habe mich auch oft gefragt, wäre es besser, in einem deutschen Gefängnis gelandet zu sein? Musste ich durch diese harte Zeit gehen? Ich denke, diese Frage ist nicht zu beantworten. Mit welchen Leuten hattet ihr im Knast zu tun? Der erste Gefängnis war auch mit anderen Ausländern. Das heißt, wir waren ja in Phuket, einer Urlaubsinsel. 50 Weiße, man hat uns ja als Weiße abgestempelt, waren ja aus ganz Europa, aus der ganzen Welt in einer Ecke. Die waren dann oft bei den Kloaken, bei den Toiletten, war das Reich der Ausländer bei der Glocke. Und ja, ich bin natürlich gleich zu denen gegangen. Ich konnte ja auch noch gar keinen Teil. Und da war alles in diesem ersten Gefängnis. Es war ja nicht jetzt spezifisch ein Drogengefängnis. Da waren also ein Amerikaner, der Navy SEAL-Soldat war, lag sehr, sehr lange neben mir. Der hat ein Mädchen abends mit nach Hause genommen, sie zerstückelt, in eine Tasche gepackt. Und die Tasche hat er dann irgendwo weggeschmissen. Aber in der Tasche lag seine Telefonnummer drin, ein kleiner Zettel mit Nummern. Seinen Fall kann man auch heute noch im Internet gut beobachten. Und der war wirklich schon sehr psychisch belastet. Der hat keinen normalen Tag gehabt, sage ich mal. Der hat immer sehr schnelle Schwankungen gehabt. Ich saß neben einem anderen Norweger, der hat seine Frau umgebracht und in einer Toilette eingemauert. Also es war wirklich alles da. Wir hatten Dollar-Fälscher in Millionenbeträgen. Wir hatten alles mögliche, Drogen auch natürlich. Es war ein bunter Haufen. Gab es denn Hierarchien bei euch? Gibt es sowas? Weil aus den Filmen kennt man es. Gerade die Neuen, die sind dann so die Frischlinge und müssen irgendwie erst mal den Boden putzen oder so. Oder ihre ganzen Geschenke abgeben, wie früher in der Schule vielleicht das Pausenbrot, was du weiterreichen musstest. Alles Klischees in meinem Kopf. Mich würde interessieren, ist das in Realität auch so? Du klar, wir kommen jetzt darauf an. Also es gibt, wenn du Gefängnisse wie in den USA anschaust, die sind komplett durchstrukturiert. Die Hierarchie gibt es. Es gibt Gangs in jedem Gefängnis, gerade in den State Prisons, auch in den Counties. Also da gibt es die Hierarchie, da kommst du, dann wirst du einkategorisiert, teils auf deinen Charakter, teils auf deine Straftat, teils auf die Strafhöhe. Bei uns war es, also in Deutschland und Niederlanden sind da sehr ähnlich. Es gibt Hierarchien, die entstehen auch aufgrund Tat, Persönlichkeit, Strafhöhe dann später auch noch. Aber die sind nicht so fest oder die sagen jetzt nicht so viel aus. Okay. Gab es bei euch eine Hierarchie, gerade weil du sagst so, ihr hattet euer eigenes Reich, ihr Ausländer? Genau, also dadurch, dass im ersten Gefängnis so viele von uns da waren, war das halt leicht, die haben dir halt immer geholfen, um dir zu sagen, hey, wo du aufpassen musst. Als Ausländer bist du immer eingestuft als letzte Klasse, das heißt bevor du zum, das hat nicht Monate gedauert, bis ich sauberes Wasser aus dem Becken bekomme, um mich zu waschen. Mein erster Tag war nur braune Soße und Seifenwasser. Beim Essen ist es genauso, egal wo, es hat nicht Zeit gedauert, bis ich mal anständig auch an die Reihe kam. Aber es gab jetzt in Phuket eben diese Vorteile, wir waren viele Ausländer. In Bangkok war ich der einzigste Weiße, also der einzigste Ausländer. Mein Vorteil war aber da, dass ich schon anderthalb Jahre im Knast saß und schon ein bisschen Erfahrung hatte. Und ich kam rein und die Gangs in den Knast, wir haben drei große Gangs, später habe ich auch zu einer angehört. Und da gibt es immer Verrückte, also es gibt immer welche, die sind sehr speziell, die machen Sachen, die würde jetzt kein Normaler machen. Erpressungen, Gewalt, jede Gang hat diese Leute. Hast du auch in so einer Gang überlebt im Gefängnis? Wie gesagt, bei uns ist es, warum entstehen Gangs? Gangs gibt es immer dort, wo der Staat schwach ist. Desto schwächer der Rechtsschutz durch den Staat, desto schneller bildet sich eine effektive Gang. Und dann über Zeit wachsen diese Strukturen. Und in Thailand sind es feste Strukturen, wo auch bekannt, also das ist bekannt, dass es das gibt. Wenn du jetzt damit starten würdest, also wir haben eine kleine Gruppierung mal gegründet, dann hauen die sofort drauf. Also die nehmen dich ein Jahr lang in Isolation und dann war es das auch wieder so. Dann beruhigt sich das, weil das muss ja über Generationen wachsen, das lassen sich ja eigentlich nicht zu. Was es hier eben gibt, sind die, die es draußen schon gab, also Strukturen, die es draußen gab. Wenn dann viele aus gewissen Strukturen verhaftet werden, da gibt es dann jugoslawische Strukturen, also ex-jugoslawische Strukturen. Dann gibt es mal russischsprachige Strukturen, die werden dann fortgesetzt im Gefängnis und die Grenzen sind, ich würde nicht mal Ethnizität sagen, sondern eher Sprache. Also du hast dann wirklich Sprachen, Grüppchen, die sich bilden, aber es gibt jetzt nicht einen gefängnisübergreifenden Gang in Deutschland. Die gibt es einfach nicht. Okay, also wenn es niemanden so automatisch gibt, dass du ins Gefängnis kommst und dann direkt zu dieser Gruppe gehst und weißt, du bekommst Schutz, dann würde mich aber interessieren, wie bekommst du denn, also wie erarbeitest du dir den Respekt vor den anderen? Weil letztendlich geht es ja gar nicht darum, unbedingt mit einer Gruppe unterwegs zu sein, sondern du willst mit heiler Haut da rausgehen, also brauchst du irgendwie Respekt. Wie bekommst du Respekt? Gut, es ist dann eben dieses dein momentanes Auftreten. Wer bist du? Bei mir war ja dann, okay, ich bin ein junger Mann, der kommt mit einer 13-jährigen Haftstrafe. Dadurch ist schon klar, ich habe keine Aussage gemacht. Weil wen soll ich verraten haben? Also dann habe ich einen schlechten Deal gemacht mit den 13 Jahren. Also reicht das oder musst du dann da drinnen noch jemanden auf die Nuss hauen? Das hilft schon mal. Das ist der Gedanke, der stimmt auch nicht mal in den Gang-Gefängnissen eigentlich. Weil dafür gibt es die Gangs, dass du nicht reinkommst und gleich irgendwem auf die Nuss haust. Weil dann, korrigiere mich, aber dann erledigen die dich, oder? Also wenn jetzt einer reinkommt und die Stärksten angreift, dann wird er erledigt halt. Ja, es ist so, dass wir weiße Ausländer in Thailand sind sehr impulsiv. Wir müssen immer alles ausdiskutieren und wir haben immer eine Meinung. Und die Thais sind ein sehr ruhiges Volk und sehr, da herrscht das Gesetz von Gesichtsverlust. In Thailand kannst du Gesicht verlieren mit einer dummen Bemerkung und dieses Gesicht wird dir nicht mehr so schnell wiedergegeben. Also Gesichtsverlust heißt, dein Respekt vor den anderen ist gleich null. Und natürlich, wie vorhin gesagt, es gibt immer so ein Verrückter, der kommt und will halt dich testen. Gerade, mir gefällt deine Hosen oder keine Ahnung, was du dabei hast. Und er sagt, du bringst mir das morgen, das hätte ich gerne. Und dann kommt es darauf an, dieser Moment, wo es sehr wichtig ist. Wenn du halt hingehst und ihm deine Hose gibst, dann kannst du damit rechnen, dass es nicht das Letzte war, dass du von dem hörst. Aber wenn du anfängst zu diskutieren, dann ist es auch nicht gut. Denn die anderen sehen dich ja wieder als so einen weißen Verrückten an, der hier alles ausquatschen möchte. Also gibt es, die beste Lösung ist immer, nichts sagen, aber auch nicht hergeben. Sondern einfach nur dann reagieren, wenn er dich anfasst. Also wenn, er kann dir sagen, was er möchte, einfach nur gut zurücklächeln und warten, wenn er einen Schritt macht. Und wenn er einen Schritt macht, dann ist es eigentlich schon so, dass du reagieren solltest. Okay, dich dann auch zur Wehr setzen. Genau. Gibt es aus deiner Sicht Freundschaften im Gefängnis? Ja, ja, ganz bestimmt. Also im Gefängnis lernst du jemanden wirklich kennen. Weil du siehst ja die Höhen und Tiefen, wie er sie verkraftet, wie er sie macht. Du schläfst neben einem Menschen und kennst ihn besser als deine Ehefrau oder deinen Nachbarn, weil er ist da. Bei mir ist ja kein Bett oder eine Matratze, sondern wir schlafen Schulter an Schluttern auf dem Boden oder in Löffelchenstellung mit dem Menschen. Und du lernst seine Schwächen und seine Stärken kennen. Und dann, natürlich gibt es Menschen, die passen sehr gut zu dir und man helft sich gegenseitig. Die haben ein passendes Wort. Die können dich fühlen, wenn es dir gut geht oder wenn es dir schlecht geht. Und absolut, ich habe da heute noch ein, zwei Kandidaten, die mir schon bruderhaft, sag ich mal, im Herz geblieben sind. Du, ich schwank so ein bisschen. Auf der einen Seite habe ich dir mal so, vielleicht zur Erklärung, ich arbeite heute im Jugendkriminalitätspräventionsbereich. Und da ist einer der Dinge, dass die Leute hereingehen in Kriminalität mit diesem, ja, ich und meine Brüder, wir sind jetzt eine Bande und wir sterben zusammen. Und dann kommen die Verhandlungen, die verraten sich gegenseitig. Und ich kenne sehr wenig Leute im kriminellen Bereich, die als Kinder befreundet waren und dann später. Weißt du, das ist dann so, gibt es viele Gründe, wie es auseinanderbricht. Aber was du gerade über Haft gesagt hast, ist natürlich auch wahr. Weil gerade dort hast du natürlich, du erlebst ja jemanden die ganze Zeit. Wie reagiert er, wenn er einen schlechten Tag hat? Wie reagiert er, wenn was schief geht? Wie reagiert er, wenn was gut geht? Wie reagiert er, wenn seine Situation besser wird, aber deine schlechter? Das ist ja was ganz, sogar du gehst in Isolation, aber er kriegt eine Sportkarte. Also er darf zum Sport und du wirst dann isoliert. Denkt er jetzt noch an dich? Einer der Leute, mit denen ich siebeneinhalb Jahre in Haft jeden Tag zusammen war, wohnt jetzt bei mir nach der Entlassung. Also das ist mein Bruder und das fand ich auch interessant. Ich weiß gar nicht, ob Freund das richtige Wort ist, weil Freunde weiß ich nicht, ob ich gefunden habe. Ich habe ein paar Bilder gefunden und das sind auch nicht unbedingt, weißt du, weil in Freundschaft ist immer so, da hat man das Gefühl, wenn jetzt was passieren würde, könnte das auseinandergehen. Aber mit den Leuten geht es nie wieder auseinander, so, dieses Verwachsenen, Familie. Spannend, dass ihr da beide so dasselbe Wort irgendwie viel verwendet und wahrscheinlich auch Ähnliches da fühlt. Weil ich denke immer als erstes an Freunde, ich würde jetzt, weiß ich nicht, ich würde aus meiner Natur heraus jetzt auch meine Freundin nicht unbedingt immer als, ne, ich habe ja meinen Bruder, ich würde jetzt nicht, aber für euch ist das halt wirklich so zusammengewachsen, fast familiär, weil ihr halt Menschen in Lebenslagen gesehen habt, wo sie die meisten Menschen so nicht sehen werden. Einer hat, ich bin jetzt Patenonkel von seinem Sohn, also wir sind jetzt auch Echtfamilie, so, diese Dinge gehen ja nicht auseinander. Also das ist was, was überlebt. Sind das dann auch die Menschen, die, wenn es hart auf hart kommt, du hast gerade schon gesagt, man muss sich dann irgendwann auch wehren, du musstest das auch im Gefängnis, sind das die Leute, die euch dann rausboxen oder anders gefragt, wie habt ihr euch verteidigt? Lieber im deutschen Gefängnis ist es so, wenn du nicht willst, kannst du, also im Jugendvollzug ein bisschen anders, aber im Erwachsenenvollzug kannst du eigentlich durchrutschen ohne Gewalt. Also wenn du dich nicht mit Absicht, deswegen muss man ganz klar sagen, also meine ganzen Gewalterfahrungen in Haft hatten damit zu tun, wie ich mich in Haft verhalten habe. Nämlich, ich wollte Gangster sein, ich wollte weiter kriminell sein. Insofern musste ich mich involvieren und habe halt die Gewalt auch auf mich gezogen. Ich habe aber Leute, die meisten Leute in deutschen Gefängnissen erleben keine Gewalt. Ich kann mich erinnern, als ich nach Bangkok kam, dass man mich, diese drei Gangster haben mich angeworben. Ich war zu der Zeit schon recht gut trainiert, habe mir Muskelmasse aufgebaut und ich war sehr beliebt, weil es gab keinen Weißen. Und ich war doch auch in der Lage, vielleicht mit drei oder vier auszukommen, wenn es dazu kommen würde. Und so hat man mich versucht anzuwerben und ich habe aber am Anfang immer strikt mein eigenes Ding getan. Ich habe mein Fitness gehabt, ich habe meine Bücherei aufgebaut und das war so mein Leben. Und ich habe niemanden, ich wollte in keine Gang hineinschlittern. Ein Freund von mir, der mit mir trainiert hat, wurde befördert als Chef der größten Gang. Es gab diese drei großen Gangs, Bang Su und Ding Dang und Januar. Das ist ein großer Stadtteil aus Bangkok und die regieren auch in Bangkok und auch im Gefängnis. Und Bang Su ist so die größte Gang in meinem Gefängnis. Der Junge, der mit mir trainiert hat, wurde jetzt neuer Chef, weil der Alte entlassen wurde. Und dann hat er an einem Tag Don, hieß er, hat er mich umarmt und hat gesagt, Miki, du bist jetzt Bang Su. Und er hat gesagt, Don, du weißt, ich bin kein Gangmitglied. Und ich gehöre niemanden an. Er hat gemeint, du bist Bang Su. Ich bin Bang Su, ich bin der Chef und diese 300 Leute sind alles hinter dir. Und irgendwann mal war ich halt Bang Su, habe mit denen gegessen. Und es wurde auch bekannt, dass ich dann einer von denen war. Aber wie auch gesagt, ich habe nie bei Gangkämpfen Leuten ins Gesicht geschlagen. Ich war bekannt dafür, die Leute auf den Boden zu legen und zwar von beiden Gangs. Und deshalb hat man mich da von Anfang an auch in Ruhe gelassen, weil sie Leute immer wieder bezeugt haben, hey, ja, der hat mich auf den Boden gelegt und hat gesagt, ich soll liegen bleiben. Und so bin ich, man kann schon fast wie in einem Asterix und Obelix Film das vorstellen. Und ich laufe da rum und hau den Tub auf den Boden und sage, bleib da. Und zu einem anderen auch und bleib da. Sie sind alle einen Ticken kleiner gewesen. Du bist aber auch riesig. Da heißt es nicht mehr, Pam, Pam, Lowkicks verteilt. Genau, die waren sehr klein und es war auch ein Drogengefängnis. Sie waren alle sehr junkiehaft. Das heißt, die waren teils Haut und Knochen. Gibt es dann auch mal den Moment, dass Menschen sterben, weil da halt nicht schnell genug dazwischen gegangen wird? Oder dort Menschen aufeinander treffen, die grundsätzlich eher das Potenzial haben, jemanden umzubringen, als es jetzt vielleicht draußen auf der Straße der Fall ist? Also es ist sehr, sehr selten, dass in deutschen Gefängnissen jemand getötet wird. Auch vor allem halt jetzt nicht nur so im, ja, was weiß ich, kann mal ein Streit sein oder so. Aber dass wirklich Leute sagen, okay, wir töten diese Person gezielt, ist sehr selten. Aber es ist passiert. Also es ist so, ich erinnere mich genau, wie es war. Es ist auch eine der Tage, die ich es nicht vergesse. Es ist auch, ich habe es gehört. Also ich habe die Tat gehört, aber habe sie nicht einordnen können. Wie passiert das in einem Gefängnis? Weil eigentlich seid ihr mit dem Schraubenzieher? Mehrere Schraubenzieher. Mehrere Leute, mehrere Schraubenzieher. Was hört man dann? Schreie. Seltsame Schreie. Also es war, ähm, du, wie, wenn du, wenn du, wenn du Filmschreie sind, so, ah, und Todesschreie sind anders. Die kannst du nicht gut nachmachen halt. Und dann war der Gedanke halt irgendwie, okay, ich bin noch reingegangen ins Haus. Ich habe es vom Hof gehört und bin auf dem Weg dorthin abgelenkt worden von jemand anderem. So im Gespräch, weil ich wollte jetzt auch nicht schauen, in welcher Zelle das war, sondern ich so, hey, was ist denn da los? Ich war gut gelaunt und lustig. Hätte jetzt jeder sein können, theoretisch. Klar, ich wusste überhaupt nicht, wer es ist. Und dann habe ich zwei Personen, die ich halt auch kannte, sind vorbeigelaufen an mir, so mit den Parkers um. Es gibt so grüne Parkers in den Anstalten. Der eine hatte den Parkers um und der andere hat den so ein bisschen gestützt. Dann habe ich später erfahren, dass das eine Person war, die schwer verletzt war. Also du hast am Boden auch Blut gesehen, aber es hat in dem Moment, da hast du es nicht mitgekriegt. Und in der Zeit, wo ich da so rumgestanden bin, rumgealbert haben, haben die meinen Freund aus der Zelle raus über den Boden in die Dusche geschleift und dort ist er verblutet hat. Also es ging dann, der ist sogar noch lebend ins Krankenhaus gekommen, aber hat das Bewusstsein nicht mehr erlangen können. Und es waren halt fünf Minuten und es ist auch so eine Sache, wo ich mir danach gedacht hätte, wäre ich an dem Tag hochgegangen. Hätte ich ihn gefunden, wer weiß, weil er hätte, hätte, verhackert. Aber da dreht man sich dann auch Tage oder Wochen im Kreis. Das drehst du dich länger im Kreis. Ich war mit dem ein Jahr lang in Zelle. Ich halte heute noch Zwiesprache. Wie war es bei dir, wenn dann jemand jemand anderen umbringen wollte, hat er es dann auch getan? Also ich habe tatsächlich nur zweimal erlebt, dass jemand erstochen wird. Die meisten Fälle, die ich kenne, sind krankheitsbedingt. Wir waren ja eher in einem Ort, der schwierig zu überleben war wegen den Konditionen, wegen den Umständen. Also nicht wegen unbedingt Gewalt, aber wegen, wie man uns halt da hat leben lassen. Es war, wie gesagt, Herzinfarkt und Schlaganfälle, komischerweise war er an der Tagesordnung. Aber auch da, es war ein Drogengefängnis für Junkies. Die kamen schon in einem sehr schlechten Zustand da an. Sehr viele Jugendliche sind gestorben an Herzinfarkt. Das hast du in der normalen Welt natürlich nicht. Also wir hatten auch eine Zeit, da war es unglaublich viel. Wir hatten, wie gesagt, einen Herzinfarkt in der Zelle. Die Wärter schauen aber Fußball und haben keine Lust jetzt wegen einem von uns jetzt das Fußballspiel abzubrechen. Oder und er stirbt. Wir hatten Gefangenen versuchen, ihn ruckgepackt zu packen. Und dann fliegt er auf den Kopf und ein anderer Fall und er verstirbt uns hier. Und alle lachen sich kaputt, weil er auf den Kopf geflogen ist. Und es gab sehr verrückte Momente, die wir aus dem Westen halt nicht wirklich verstehen. Ja, das sind wirklich Bilder, die sind super schwer zu verstehen, da bin ich ganz ehrlich. Genau, weil Tod bei uns auch was mit Leid zu tun hat. Wir leiden unter dem, oder wir haben mitgefühlt, da unten hat man sowas eine halbe Stunde, eine Stunde lang, kann man da jetzt mal trauern, sage ich. Aber dann hört man auf zu trauern. Also es ist jetzt nicht, dass man da ewig über einen Toten trauert. Er ist eine ganz andere Kultur. Jetzt haben wir viel über das Thema Gewalt gesprochen, sind sogar bis hin zum Mord gegangen. Und es ist schockierend, aber trotzdem sehr spannend auch zu hören, dass ihr das so hautnah irgendwie miterlebt habt. Wie sieht es mit Privatsphäre im Gefängnis aus? Lass mich anfangen, weil bei ihm es viel schlimmer ist. Bei uns ist immer, das erste, was du im Gefängnis machst, ist, dass du dich nackt ausziehen. Also das ist vom Prinzip her, so geht es los eigentlich in jedem Gefängnis immer so ein bisschen. Und du kommst dann hin, dann wirst du erst mal dieses, du ziehst dich aus. Dann hast du natürlich, was macht Privatsphäre so ein bisschen aus, wenn du ein eigenes Zimmer hast? Selbst wenn du in Deutschland eine Einzelzelle hast, hast du an der Innenseite nie ein Schloss. Also du kannst deine Zellentür nicht absperren von innen. Und das ist ja sowas, was dir Privatsphäre geben würde. Und das führt natürlich dazu, dass du über die Jahre in allen möglichen Situationen gestört wirst. Weil diese Tür fliegt auf für Zellenkontrollen oder für whatever. Dann bist du, im besten Fall sitzt du am Klo, dann hat nämlich der Wehramt ja auch noch was davon so. Im schlimmsten Fall beschäftigst du dich gerade intensiv mit dir selbst. Und dann ist es natürlich, das nimmt dir was von dieser Privatsphäre. Aber es ist, und ich habe auch in der Sechsmannzelle ein Jahr lang verbracht, wo du nie allein bist. Also ich kenne das, da bist du nie leer, die Zelle. Aber es ist kein Vergleich zu dem, was dieser Mann erlebt hat hinsichtlich Privatsphäre. Würdest du das auch sagen? Ja, also ich hatte tatsächlich in den acht Jahren nie einen Moment alleine und auch keinen ruhigen Moment. Wo man, außer wenn ich mir, als ich mir angewöhnt habe, um vier Uhr die Augen aufzumachen morgens, um eben meine Meditation, Atemtechnik, Gebete. Und ich hatte ja so eine Routine, die ich jeden Tag gemacht habe. Und da gab es so mal eine Stunde, zwei, wo wirklich mal Ruhe war in der Zelle. Aber ob das jetzt in der Zelle oder im kleinen Hof mit 850 Leuten ist, war immer sehr laut. Für mich gab es nur das Gefängnis, um mir das für mich zu zeigen. Ich glaube nicht, dass ich es hier draußen so extrem hätte erfahren dürfen, wie reagiere ich auf manche Situationen. Wenn zwei Tage kein Trinkwasser da ist, weil die Wasserpumpe kaputt ist und wir sind gerade im April oder im Mai, in dem heißesten Monat. Und es ist keins da. Und die Wörter sagen, nein, wir müssen erst auf Geld warten, um diese Pumpe zu kaufen. Dann lernst du dich kennen, wie schnell verliere ich meine Geduld. Oder es gibt, du wirst bedroht oder ein bester Freund wird bedroht. Wie reagiere ich damit? Und das ist aber ein Kino. Für mich war Gefängnis ein täglicher Schauplatz von unerwarteten Dingen. Du wusstest nicht, was morgen auf dich zukommt. Kein Tag war wie der andere und du konntest auch keinen anderen Tag, wie jetzt vielleicht in einem deutschen Gefängnis, voraussagen. Gut, du hattest wahrscheinlich eine Routine. So war der morgendliche Ablauf, so war mittags und so war abends. Bei uns war der auch, nur dass jeden Tag etwas passiert. Wir waren mit 850 Leuten und jeden Tag, ob mit den Gangs, ob mit den Wärtern, ob mit dem Besuch, ob mit dem Schmuggeln, ob jemand entkommen will und erschossen wird, ob es spielt keine Rolle, ob jemand eine Katze quält und sie zu Tode wirkt. Oder es gab alles und jeden Tag gab es dieses Kino. Es war voll davon. Und du konntest jetzt einer davon sein, der sich davon betroffen mitgehen lässt und sich da überall kaputt machen lässt, so von allen Seiten. Oder du hast angefangen, etwas aus dir zu entdecken, wo du sagst, hey, ich hätte das nicht erwartet, dass ich fähig bin zu sowas. Immer wieder an seine Grenzen zu kommen und seine neuen Fähigkeiten zu entdecken. Ich finde es auch sehr spannend, die Unterschiede, weil ich würde nichts von all dem, was ihr beschreibt, als echte Privatsphäre bezeichnen. Ich habe aber gerade neben dem Toilettengang noch etwas ganz Wesentliches vergessen, denn wir Menschen haben auch einen Sexualtrieb. Und dem nachzukommen, stelle ich mir sowohl, wenn da jemand reinplatzt, als auch, wenn da sowieso Menschen drumherum sind, sehr schwierig vor. Dazu kommt noch, ihr wart ja in Männergefängnissen oder gab es bei euch Frauen, die irgendwie mal vorbeikommen durften? Also es gibt in Deutschland, in anderen Bundesländern gibt es Einzelbesuch, Ehebesuche nennen wir die dort. Dann musst du meistens aber auch verheiratet sein, was ja aber ein kleineres Problem wäre. In Bayern ist es bis heute illegal. Du bist in Bayern nie allein mit Besuchern, also auch kein Familienbesuch. Man sagt, die Familie kann mal einen Abend dort irgendwie bleiben oder so, das gibt es nicht. Noch dazu kommt in Straubing, aufgrund der Sexualstraftäter, die dort untergebracht sind, gibt es ein Pornografieverbot. Das heißt, es gibt keine Heftchen oder sowas, kannst du ja auch schön einbilden, was es gibt. Das kennen alle Häftlinge, das sind TSF-Sportclips, nachts so, das ist irgendwie, gucken die Leute und bleiben sie bis zwölf oder eins wach. Auf jeden Fall wirst du nicht Sex haben in dem bayerischen Gefängnis. Bei dir gibt es irgendwie die Möglichkeit, Pornografie, vielleicht mal eine Frau, die vorbeikommt oder so, hast du sowas erlebt? Genau, also wir konnten alles haben im Gefängnis. Solange du Geld hattest, konntest du dir alles kaufen. Eine Frau konntest du aber nicht kaufen. Unsere Frauen waren die Transvestiten, davon gab es genug. Es war halt kulturell bedingt für uns weiße Ausländer unmöglich. Dadurch, dass wir erstens nicht diese schnelle Homosexuelle veranlagen. Also ich glaube auch, entweder hast du es oder hast du es nicht. Und in Thailand kann es auch sein, dass du es draußen nicht hast und im Gefängnis hast du es. Das ist ganz normal. Und wir hatten Pornoheftchen, das ist ein großes Ding im Schwarzmarkt, steht einer mit so einem Heftchen. Er ist nur dafür da, um zu blättern. Und fünf andere stehen vor ihm um onanieren. Und er ist nur da, um umzublättern. Und der eine sagt, ey, warte, geh nochmal zurück, geh nochmal zurück. Und der eine steht nur da. Und wir haben uns das als weiße Ausländer angeschaut von Ausnahmen, die mal gedacht, beziehungsweise... Was hast du da gedacht? Genau das würde mich jetzt interessieren. Wir haben nur gedacht, das könnte ich mich nie machen. Ich könnte mich jetzt nicht da hinstellen und mit denen da mitmachen. Es war halt nicht in unserer Natur. Wir haben das eher so als strange gesehen. Das ist so krass, ey. Sorry, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Weißt du, in meinem ersten Tag, Leroy, ich muss es noch dazugehen, mein erster Tag in der Zelle. Ich komme in Bangkok an und ein Nigerianer, den wir Snoop genannt haben, weil er wie Snoop Doggy Dogg aussah. Und Snoop hat mich dann in die Zelle gebracht und ich kam gerade heute an. Und mein Schlafplatz wurde mir gezeigt neben Snoop. Und ich sitze dann da, an der Wand angelehnt. Und an der anderen Seite von der Wand sind zwei Teils, schauen mich an. Und auf einmal holt der eine Teil dem anderen seinen Penis raus und fängt an zu spielen. Und schauen mich beide an. Und ich sitze da, schaue den Snoop an und sage, hey Snoop, was geht hier? Und er schaut, ach so. Und er sagt, ach, alles gut, das ist kein Thema, das ist kein Problem. Ich so, wie kein Problem? Habe ich in Phuket so noch nicht gesehen direkt, dass er mich jetzt so anmacht. Weil in Phuket, muss ich sagen, gibt es ganz viele Moslems. Es ist ein moslemischer Teil im Süden von Thailand, sind unglaublich viele Moslems. Die hätten das auch nicht erlaubt. Okay, da war die Grenze. Aber in Bangkok war das völlig frei. Jetzt würde ich gerne abschließend gerne noch von euch erfahren, was würdet ihr Leuten da draußen noch mitgeben wollen? Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, ganz im Ernst, ich habe das durchgestanden und das ist so diese eine Sache, die könnt ihr von mir lernen? Mir ist es auch aufgefallen, so in den letzten Jahren, dass Menschen sich das anschauen, was ich erlebt habe. Und das, was du erlebt hast, würde auch so sein, werden sie auch so sehen und sagen, okay, ich bin nicht im Knast, aber ich habe eine andere, eine schwierige Situation. Ich habe eine Krankheit, ich habe gerade eine Scheidung, ich habe irgendwas. Es passiert mir gerade etwas Traumatisches, es passiert etwas Schreckliches. Aber guck mal, da sitzen zwei Typen, die strahlen heute. Die sind gut drauf, die haben das überstanden, also kann ich das vielleicht auch. Und daran glaube ich fest, egal wo ihr gerade steht, es gibt einen danach. Ja, also es ist da glaubenbedingt. Bei mir hat sich der Glaube gefestigt, dass alles dazu dient, um uns gedeihen zu lassen. Da hinzukommen, das wirklich glauben zu können, kann natürlich auch über Wege gehen, die sich nicht angenehm anfühlen. Und wie auch gesagt worden in einem tollen Satz, wer das Licht sehen möchte, muss auch mal das Dunkle gesehen haben. Und deshalb würde ich euch einfach bitten, gebt nicht einfach auf, wenn etwas, den Job verloren, der Partner ist weggegangen oder man ist krank geworden. Denn vielleicht ist genau das dein Weg, dass du danach noch stärker da rauskommst. Ihr sprecht mir aus der Seele. Also ich habe zwar selber nichts vom Gefängnis zu erzählen, aber ich muss ehrlich sagen, also so meine Lebensgeschichte mit Krankheit, da sehe ich sogar bei uns dreien sehr viele Parallelen. Es geht nicht immer einfach locker easy geradeaus. Und was wir daraus machen, das haben wir zum Glück oftmals auch selber in der Hand, je nachdem, welche Perspektive wir einnehmen. Ich habe heute mal zwei ganz verschiedene und auch ähnliche Perspektiven kennengelernt. Ich danke euch beiden vielmals, dass ihr hierher gekommen seid. Die beiden sind übrigens mittlerweile super erfolgreiche Speaker, Autoren im Internet unterwegs. Also lohnt es sich, da mal vorbeizuschauen. Und wenn ihr darauf keine Lust habt und hier auf YouTube bleiben wollt, dann habe ich hier noch irgendwo zwei schicke Videos für euch eingeblendet. Davon dürft ihr euch auch eins aussuchen. Wir dürfen jetzt zur Verabschiedung noch mal kurz winken. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Faust. Sie sind ja gut gemacht. Gut gemacht, Herr. Gut gemacht. Schön war's. Vielen, vielen Dank.